Das Alphabet A. Der Alligator B. Der Bär C. Das Chamäleon D. Der Delphin E. Der Elefant F. Der Flamingo G. Der Girafe H. Der Hai I. Der Igel J. Der Jaguar K. Das Känguru L. Der Löwe M. Die Maus N. Das Nashorn O. Der Otter P. Der Panda Q. Der Quale R. Das Renntier S. Die Schlange T. Der Tiger U. Der Uchu V. Der Vogel W. Der Wal X. Das Zenosaurus Y. Der Jaguar Z. Das Zebra Noch einmal. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. V. Vielen herzlichen Dank, hier in diesem Video könnt ihr mehr lernen und mit dieser Playlist habt ihr meinen ganzen Deutschkurs. Vielen herzlichen Dank, das war alles für heute und wir sehen uns bald. Vielen herzlichen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020